Ein Kommentar von Miriam Lübcke am 16. Juni 2023 auf Ansage.org. Titel Hass ist voll böse, sagt das BKA. Es rumpelt in der Ampel. Vor ein paar Tagen echauffierte sich grünen Urgestein Renate Künast gar fürchterlich über die FDP-Politikerin Katja Adler. Hass erfüllt, rumtweeten würde diese. In ihrem Leben sei wohl etwas schief gelaufen. Einen anderen FDPler forderte sie auf, endlich zu arbeiten statt zu bäschen. Sein Vergehen, er hatte Forza-Chef Manfred Güllner zitiert, der die Grünen für eine elitäre Minderheit hält. Adler hingegen beschrieb, ohne jemanden persönlich anzugreifen, ihren Frust über den Umgang der Grünen mit Andersdenkenden. Dabei ging es auch um die berüchtigte Nazikeule. Kein Wunder, dass Künast da grantig wurde, was in ihrem Falle natürlich keinen Hass, sondern gerechten Zorn darstellt. Was Hass und Hetze sind, liegt eben im Auge des Betrachters. Merke, wenn Linke und Grüne über die Erschließung von Reichen oder Gulags für Ungeimpfte nachdachten und es in den Medien anschließend aufflog, dann hatte die Gegenseite einfach den Witz nicht verstanden. Ach, was haben wir gelacht. Ein ganz besonders übler Fall dieser Art machte vor ein paar Jahren Furore. Da wollte die linke Kommunalpolitikerin Bianca Deibel, AfD, Politiker in die Gaskammer stecken und auf dem Grab von Erika Steinbach tanzen. Das Verfahren gegen Deibel wurde eingestellt, weil das Gericht ihr glaubte, sie habe den AfDlern lediglich den Besuch einer Gedenkstätte nahelegen wollen. Ja, ne, ist klar. Würde Ruhrpott-Poet Atze Schröder diesen Urteil wohl kommentieren? Wenn nun schon Abgeordnete der FDP in den Fokus der Sprachkontrolle geraten, lässt das nichts Gutes ahnen. Schließlich sind Lindner und Co. dafür bekannt, zwar erst ein wenig herum zu rebellieren, wenn es darauf ankommt, zeigen sie sich aber stets linientreu. Das war bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht so und endete sich auch beim Heizungsgesetz nicht. Was blüht also jenen, die standhaft bei ihrem Nein zu den Schnapsideen der Ampelkoalition bleiben? Zunächst müssen sie sich natürlich erst einmal selbst mit wüsten Beschimpfungen, pardon, gerechtem Zorn, überschütten lassen. Ich bin überzeugt, dass es mittlerweile Checklisten gibt, welche die vollständige Verwendung aller gängigen Diffamierungen dabei sicherstellen, von A wie Atomlobbyist bis Z wie zynischer Menschenfeind. Bitte auch den Schwurbler nicht vergessen und unbedingt den Bildungsstand des Gegenübers für nichtig erklären. Wer denkt, unsere Demokratie liefe nicht ganz rund, macht sich verdächtig. Denn selbstverständlich handelt es sich bei allen Zensurmaßnahmen nicht wirklich um Zensur. Die Ausgangssperren während des Lockdowns waren schließlich auch keine Freiheitsbeschränkungen, sondern dienten lediglich dem Schutz der Bevölkerung vor nachtaktiven Viren. Und wer das nicht für plausibel hält und sich auch nicht durch zivilgesellschaftliche Maßnahmen wie Freundschaftsentzug von seinen ketzerischen Zweifel abbringen lässt, kann nun Besuch vom BKA bekommen. Frau Müller hat Lügenpresse getwittert. Wie kann sie es wagen, die freieste Presse seit der Pravda und dem Neuen Deutschland anzuzweifeln? Die Frau muss vor sich selbst geschützt werden. Nehmen wir ihr den Rechner und das Handy weg. Nutzer fragten auf Twitter beim BKA nach, nach welchen Kriterien denn die Kandidaten für einen Hausbesuch ausgewählt würden. Man hat vielleicht gerade die Wohnung nicht aufgeräumt und möchte keinen Besuch von der Staatsmacht bekommen. Reicht da schon ein Baerbock ist doof? Oder ist die Grenze erst überschritten, wenn man Baerbock ist grottendoof postet? Politiker dürfen schließlich nicht mehr verächtlich gemacht werden. Doch das BKA blieb knallhart und gleichzeitig so flexibel wie frischer Kaugummi. Man könnte nichts Detailliertes dazu äußern. Das alles hat einmal wieder einen Hauch von 1984. Man weiß noch nicht einmal, dass man ein Gedankenverbrechen begangen hat, bis einem die eigenen Kinder deshalb anzeigen. Und auch wenn man nicht rund um die Uhr beobachtet wird, so ist es nie gewiss, ob der Staat gerade hinschaut. Dabei ist es vollkommen egal, ob man tatsächlich eine Straftat begangen hat, denn wie bei den immer häufiger installierten Meldestellen für Hass, Hetze und Gedöns reicht es vollkommen aus, dass jemand sich auf die Füße getreten fühlt. Willkommen im Überwachungsstaat mit einer Prise Angstkultur.